Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Barbara von Minkwitz ermittelt in einem mysteriösen Mordfall. Wir müssen diesen letzten Tag im Leben ihres Mannes ganz genau rekonstruieren. Nur so können wir auf die Spur des Täters kommen. Ich möchte von Ihnen gerne die Wahrheit hören, und zwar die ganze. In Berlin-Fürstenwalde folgt André Sieg am späten Mittag einer Umleitung durch ein einsames Waldstück. Der Bauarbeiter kommt gerade von der Arbeit und muss sich konzentrieren, denn die Fahrbahn ist nass und rutschig. Nach einigen Kilometern versperrt ihm ein Auto den Weg. Der 38-Jährige befürchtet einen Unfall und will sofort helfen. Hallo? Ist was passiert? Hören Sie mich? Ich hab die Beweilung gewonnen! Hilfe! Andrés Hilfsbereitschaft hat schreckliche Folgen. Schwer verletzt bleibt er auf der Landstraße liegen. Andrés Frau Steffi Sieg ist in großer Sorge um ihren Mann. Die 35-Jährige konnte ihn schon den ganzen Tag nicht auf seinem Handy erreichen, und inzwischen müsste er längst zu Hause sein. Als vier Stunden nach dem Überfall die Polizei bei ihr auftaucht, beschleicht sie eine schlimme Vorahnung. Schönen guten Tag, sind Sie Frau Sieg? Ja. Dürfen wir vielleicht mal kurz reinkommen? Ja, komm doch rein. Bitte. Was passiert, sagen Sie doch? Hat es irgendwas mit André zu tun? Ist Ihnen was passiert? Kommen Sie doch erst mal rein. Jetzt reden Sie doch. Möchten Sie sich vielleicht kurz hinsetzen? Nein, ich verstehe ihn jetzt. Was ist denn los? Frau Sieg, ähm, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihren Mann soeben tot aufgefunden haben. Es tut uns wahnsinnig leid. Was heißt, tot aufgefunden? Er kommt gleich durch die Tür. Frau Sieg, Ihr Mann ist tot. Er ist nicht tot. Ich habe ihn doch heute Morgen noch gesehen. Wir haben noch telefoniert. Ja, Frau Sieg, es tut uns wirklich sehr leid, aber wir haben Ihren Mann aufgefunden auf der B5 und so wie es ausschaut, ist er Opfer einer Straftat geworden. Was ist denn eine Straftat? Also, was erzählen Sie sich? Bitte, Frau Sieg, beruhigen Sie sich bitte. Setzen Sie sich mal bitte hier hin. Das kann alles nicht sein. Setzen Sie sich mal bitte hin, Frau Sieg, bitte. Setzen Sie sich. Ich hole mal um das Wasser. Ich erkläre Ihnen das. Setzen Sie sich mal bitte kurz hin, Frau Sieg. Also folgendes, wir haben Ihren Mann aufgefunden und er hatte sehr schwere Kopfverletzungen. Und so wie es aussieht, können die nicht von einem Unfall stammen. Und er war nicht alleine mit seinem Auto auf der Fahrbahn. Die Spuren haben ergeben, dass sich dort noch ein zweites Fahrzeug befunden hat, welches wahrscheinlich quer zur Fahrbahn gestanden hat. Also, was erzählen Sie da? Also, wie es ausschaut, wurde Ihr Mann in eine Falle gelockt. Das ist ein völliger Quatsch. Das ist für eine Falle. Können wir denn jetzt irgendwas für Sie tun? Können wir jetzt jemanden anrufen für Sie? Eine Angehörige, eine gute Freundin oder sowas? Nur Marco fällt mir ein. Das ist sein Bruder. Aber den würde ich lieber selber anrufen. Der soll das nicht von der Polizei hören. Ja, das können Sie gerne machen. Wir bleiben dann so lange auch noch hier bei Ihnen. Und wir werden auch noch einige Fragen an Sie haben, aber die werden wir Ihnen jetzt nicht stellen. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Wir werden auch wirklich alles tun, damit wir die Sache ganz schnell aufklären können. Aber jetzt muss erst mal genauer untersucht werden, woran Ihr Mann denn genau gestorben ist. Und was kann ich machen? Ich muss doch auch irgendwas tun. Ich kann doch nicht hier rumsitzen. Ja, Sie als Ehefrau des Opfers haben die Möglichkeit, als Nebenklägerin aufzutreten. Dafür müssten Sie allerdings einen Anwalt beauftragen. Der hat dann wieder Akteneinsicht und kann sich um die ganze Sache kümmern. Aber das erklärt Ihnen Anwalt, denke ich, mal am besten. Dann rufen Sie doch jetzt erst mal Ihren Schwager an. Wir bleiben so lange dann bei Ihnen. Steffi ist völlig verstört und braucht jetzt dringend Unterstützung. Um in dieser schweren Situation nicht alleine zu sein, sucht sie Trost und Zuflucht bei ihrem Schwager Marco. Der 42-Jährige stand seinem Bruder sehr nahe und ist schockiert über seinen Tod. Marco und seine Frau Annabelle sind erst vor kurzem Eltern geworden. Steffi versucht sich mit dem Gedanken an das Baby abzulenken. Wie geht es eigentlich Annabelle? Hat sie die Geburt gut überstanden? Ja, Annabelle geht es soweit ganz gut, der Kleine geht es soweit ganz gut, aber... Ich weiß eigentlich nicht, wie man damit umgehen soll. Zum einen wird meine Tochter geboren und zum anderen stürbt mein Bruder. Ich weiß auch nicht, wie so eine andere weitergehen soll. Steffi, wir kriegen das hin. Wir sind weiter für dich da und wir sind eine Familie und wir schaffen das. Das weißt du. Aber wenn die Polizei uns schon irgendwas gesagt, gibt es schon irgendwelche Hinweise? Der hat gesagt, dass es ein Mord war. Ich verstehe nicht, was der da bei Fürstenwalde wollte. Ich kapiere es einfach nicht. Dafür gibt es bestimmt irgendeine logische Erklärung. Ja, und welches soll das sein, bitte? André war so ein lieber Kerl. Er hatte nie mit ihm einen Streit. Er konnte keiner fliege, was zu leidetun. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt einen guten Anwalt finde, der mir hilft, damit ich nicht monatelang im Ungewissen leben muss. Ich muss einfach wissen, was passiert ist. Gleich am nächsten Morgen wendet sich Steffi hilfesuchend an Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz. In der Hoffnung, dass die erfahrene Juristin Andres mysteriösen Tod aufklären kann. Außerdem will die junge Witwe wissen, was als Nebenklägerin alles auf sie zukommen wird. Frau Sieg, es tut mir so wahnsinnig leid. Mein herzliches Beileid. Danke, komm rein. Das ist sehr nett, danke. Ich leg meine Sachen mal einfach hierher. Können Sie einfach ablegen, ja. Ja. Möchten Sie einen Tee vielleicht? Ja, wenn Sie einen gerade gemacht haben, das ist ja sehr nett. Ja, gerade frisch. Vielen Dank. Immer mit der Ruhe. Ja, Entschuldigung. Dann auch ein bisschen. Ich habe für gar nichts zu entschuldigen. Sie hat mich ja wegen der Nebenklage gefragt, Frau Sieg, und das ist eine sehr gute Frage. Ich würde Ihnen sehr zur Nebenklage raten, weil Sie damit gleich im Strafverfahren Schadensersatzansprüche verbinden können. Das spart Ihnen viel Zeit. Und außerdem haben Sie auch sehr viele Rechte als Nebenkläger. Sie können die Zeugen mit anhören und Sie können Beweisanträge stellen, Richter ablehnen und so weiter. Also meine Empfehlung, ja. Ja, und hat das da noch irgendwelche Nachteile? Nachteile, oh, warten Sie mal, ich helfe Ihnen. Ach, Sie Arme. Ja, Nachteile eben eigentlich in dem Sinne nicht für Sie persönlich eine große Belastung, weil Sie sind die ganze Zeit in der Hauptverhandlung dabei. Und das muss man natürlich ertragen können, dass Sie dem Täter da ständig ausgesetzt sind und ins Auge gucken. Aber juristisch hat es nur Vorteile für Sie. Ja gut, also dann würde ich das machen. Gut, dann bereite ich das alles vor, die Formalitäten, Anträge und so weiter. Das können wir auch morgen machen, das ist überhaupt nicht eilig. Sagen Sie, fühlen Sie sich stark genug, dass ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen kann? Ja, machen Sie. Ich schaffe das schon. Ja, wissen Sie, ich meine, ich kann die Ermittlungsakten einsehen und auch den Befund der Gerichtsmedizin. Das ist alles in den Akten. Aber da gab es eine große Frage. Sie wussten nicht, warum Ihr Mann zu dieser Uhrzeit auf der Bundesstraße nach Fürstenwalde war. Haben Sie darüber nochmal nachdenken können? Ja, ich habe mir wirklich die ganze Nacht den Kopf zermattet, was er da gemacht haben könnte. Wir haben da keine Bekannten, wir haben da keine Freunde und gearbeitet hat er da auch nicht. Ich habe sogar mit seinem Chef telefoniert. Der hat zwei Stunden vorher Feierabend gemacht und ich dachte eigentlich, der fährt zu seinem Kumpel Lars. Dem hat er schon zwei Monate beim Neubau geholfen von seinem Haus, aber keine Ahnung, wo der war. Haben Sie den denn mal angerufen? Ehrlich gesagt, ich habe nicht meine Nummer von dem. Ich kenne ihn nicht so genau. Ich weiß ehrlich gesagt nur, dass er Lars Kemper heißt und im Grubenweg in Tegel wohnt. Naja, das ist doch schon was. Das hilft mir weiter. Sagen Sie mal, ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen, dass Ihr Mann in den letzten Monaten irgendwelche Feinde hatte oder irgendwelche Konflikte? Mein Mann hatte keine Feinde. Er war so ein lieber Kerl und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer ihm was antun könnte. Ja, ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Ihr Mann zufällig Opfer dieses Täters geworden oder der Täter hat ihm ganz gezielt aufgelauert. Das wissen wir nicht. Wir müssen erstmal beide Alternativen in Betracht ziehen. Aber warum sollte man ihm überhaupt auflauern? Er hatte nichts Wertvolles dabei. Die Polizei hat gesagt, die Geldbörse, das Handy war im Auto und es fehlte nicht. Ich verstehe es nicht. Das sagt uns doch wenigstens, dass es offensichtlich nicht um Geld ging. Wir müssen jetzt wirklich ganz akribisch den letzten Tag im Leben Ihres Mannes aufrollen. Nur so können wir auf die Spur des Täters kommen. Und in dem Zusammenhang möchte ich furchtbar gerne als erstes den Lars Kemper hören. Deswegen werde ich da jetzt auch mal hinfahren, ja, wenn Sie einverstanden sind. Ich kann so gut verstehen, dass sich Frau Sieg im Moment überfordert fühlt. Erst den Ehemann zu verlieren und dann noch diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wer für seinen Tod verantwortlich ist, das lässt einem wirklich keine Ruhe. Deshalb ist es besonders wichtig, dass ich jetzt ganz schnell den Täter finde. Nach dem Termin bei ihrer Mandantin macht sich Barbara von Minkwitz auf den Weg zu Lars Kemper, um mit ihm zu sprechen. Der 37-Jährige war ein guter Freund des Verstorbenen. Und André hat erzählt, dass er ihm beim Hausbau geholfen hat. Der Verstorbene hat also viel Zeit mit Lars verbracht. Und das legt die Vermutung nahe, dass er vielleicht weiß, wie André Sieg die letzten Stunden seines Lebens verbracht hat. Entschuldigung, sind Sie Lars Kemper? Ja, wer will das wissen? Ja, ich wüsste das gerne. Guten Tag. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz und ich komme wegen Ihres Freundes André Sieg. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der gestern tot aufgefunden worden ist. Was? André ist tot? Was ist passiert? Ja, um das aufzuklären, bin ich hier. Seine Ehefrau hat mir erzählt, dass er gestern hier mit Ihnen verabredet war. Und ich wüsste gerne, ob er da gewesen ist und wenn nicht, mit welchem Grund er abgesagt hat. André und ich waren gestern nicht verabredet. Wie kommt Steffi denn darauf? Ja, das weiß ich auch nicht. Die hat mir gesagt, dass André regelmäßig in den letzten drei Monaten hier war, um Ihnen beim Hausbau zu helfen. Das stimmt aber nicht. Ich habe ihn eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, warum er seine Frau erzählt hat. Er wäre bei mir. Sagen Sie mal, wie gut kennen Sie den denn eigentlich? Haben Sie eine Ahnung, wo der immer war, wenn der angeblich hier geholfen hat? Nein. Keine Ahnung. André ist eigentlich eine ehrliche Seele. Ich weiß nicht, warum er seine Frau angelogen hat. Jetzt muss ich Frau Sieg erstmal schon beibringen, dass ihr Ehemann offensichtlich Geheimnisse vor ihr hatte. Und dann drängen sich zwei Fragen auf. Wo war André Sieg, als er angeblich seinem Freund beim Hausbau helfen wollte? Und hat dieses Geheimnis etwas mit seinem Tod zu tun? In der Zwischenzeit steht Steffi eine furchtbare Aufgabe bevor. Die 35-Jährige muss die Beerdigung ihres Mannes organisieren und weiß nicht, wie sie das überstehen soll. André´s Bruder Marco unterstützt seine Schwägerin und begleitet sie zum Bestattungsunternehmen. Hier haben wir unsere Modelle, die vor allem aus Kiefern, Fichten und Eichenholz gefertigt sind. Wir haben auch höherwertige Materialien, wie zum Beispiel Maragoni oder Kirchbaum. Hier bewegen wir uns natürlich in einem ganz anderen Preissektor. Sagen Sie, haben Sie sich denn schon eine Kostengrenze für die Bestattung festgesetzt? Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ja, Steffi, komm, lass mal gut sein. Wenn es irgendwie an Geld hapert, du weißt, ich helfe dir. Das ist kein Thema. Das ist so lieb von dir, Marco. Ja. Ohne dich würde ich das alles gar nicht schaffen. Wer ruft denn jetzt an? Kleinen Moment, ja? Ja, okay. Ja, bitte? Sieg? Frau von Minkwitz? Ja. Keine Ahnung. Was? Nein, oder? Okay. Ja, das machen wir dann. Wiederhören. Wiederhören. Steffi, was war los? Alles okay? Wer war das? Die Polizei gewesen? Das war die Rechtsanwältin. Aha. Die hat wirklich gesagt, der war gar nicht bei dem Lars und hat da beim Neubau geholfen. Ich verstehe es nicht. Was heißt, das hast André dich etwa auch belogen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich verstehe es nicht, Marco. Wenn du was weißt, dann sag doch bitte. Ich schwöre, ich weiß nichts. Ich muss mal an die frische Luft. Ja, das ist okay, ich mach dann hier weiter. Machst du das, danke. André hat mich doch noch nie angelogen. Zumindest habe ich das bis jetzt immer gedacht. Wo war er bloß? Was hat der auf der Straße gemacht? Wenn ich nicht bald Antworten kriege, dann wäre ich verrückt. Steffis Welt ist völlig aus den Fugen geraten. Erst gestern hat sie ihren Mann verloren und nun stellt sich heraus, dass er Geheimnisse vor ihr hatte. Barbara von Minkwitz vermutet, dass Andrés Lügen mit seiner Ermordung zu tun haben. Um herauszubekommen, was er zu verbergen hatte, will sie am nächsten Tag seinen Hobbykeller durchsuchen. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich hier mal umsehe? Das können Sie ruhig machen. Ich verstehe einfach nicht, was André von mir verheimlicht hat. Ich kapiere es einfach nicht. Ich habe ihm alle Freiheiten gelassen. Frau Sieg, ist ja interessant. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann mit seinen Freunden eine Urlaubsreise in den Süden geplant hat? Ja, das wusste ich. Der wollte mit seinen Kumpels nach Malle ein Wochenende. Das war kein Problem für mich. Ich bin nicht so eine Frau, die ihm alles verboten hat. Ist das Ihr Handy? Nein, ich habe mein Handy nicht dabei. Das kam hierher. Ich glaube hier irgendwo. Das Handy kenne ich nicht. Hat da etwa schon wieder was vor mir versteckt? Da ist eine SMS eingegangen. Gucken Sie doch bitte mal. N. Wer ist N? Und warum vermisst die Person André? Verstehe ich auch nicht. Aber ich würde das auf keinen Fall überinterpretieren. Das bringt uns auch nicht weiter. Wissen Sie was? Ich habe eine Idee. Wir antworten jetzt darauf und verabreden uns mit dieser Person. Dann wissen wir auch, wer es ist. Ja, aber das müssen Sie machen. Also das schaffe ich nicht. Das macht mich fertig. So, ich verabrede mich jetzt mit dieser Person N in einem Café hier um die Ecke. Dann wissen wir mehr. Ich weiß zwar nicht, wer N ist, aber sicher ist, dass Herr Sieg nicht wollte, dass seine Frau N kennenlernt. Die geheimnisvolle Person N reagiert sofort auf Barbara von Minkwitz Nachricht, die die Juristin von Andres Handy ausgeschickt hat und stimmt einem Treffen zu. Daraufhin machen sich die Juristin und Steffi auch gleich auf den Weg ins Café. Sie wollen früh genug am Treffpunkt sein, um beobachten zu können, wer vergeblich auf eine Verabredung wartet. Schon bald sticht ihnen eine junge Frau ins Auge. Und dann haben sie Gewissheit. Was ist das? Das ist wirklich das Handy? Das ist die Hand. Das ist die Hand. Ich muss jetzt noch mal mit ihr reden. Wollen Sie, dass die wegrennt? Lassen Sie mich mal machen, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Warten Sie vielleicht auf André Sieg? Ja, woher wissen Sie das? Ja, ich muss das vielleicht mal erklären. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz und das ist Steffi Sieg, die Frau von André. Steffi? Hi, ich bin Niki. Hi. Hallo. Ja, guten Tag, Niki. Und woher kennen Sie André Sieg? Ich bin André's Tochter. Ach. André hatte keine Tochter. Also das hätte er mir doch erzählt. Ja, aber ich bin auch, wir sind überrascht, aber ich meine, wenn sie das sagt, wird das doch stimmen. Dürfen wir uns vielleicht mal kurz zu Ihnen setzen? Ich wusste es auch ganz lange nicht, wer mein Vater ist. Dankeschön. Ja, ein Cappuccino bitte. Meine Mama hat es mir erst vor kurzem gesagt an meinem Geburtstag und dann habe ich ihn gesucht und dann haben wir uns halt auch immer getroffen und wir haben uns super verstanden, aber jetzt hat er sich auch schon länger nicht mehr bei mir gemeldet. Niki, ich habe leider eine ganz schlechte Nachricht für Sie. Ihr Vater ist tot. Was? Der ist vor zwei Tagen in der Nähe von der B5 tot aufgefunden worden. Kann das sein? Sind Sie lügen? Ja, das würde ich in dem Fall wirklich gerne, aber es ist wahr, es stimmt. Die Kripo geht von Mord aus. Und wir suchen einfach nach Gründen dafür und wir haben dieses Handy hier, sein offensichtlich Zweithandy, haben wir im Hobbykeller bei ihm gefunden und dadurch sind wir auf ihre Spur gestiegen. Wir haben gedacht, wir kommen irgendwie der Ursache seines Todes, irgendwie seinen Geheimnissen ein bisschen näher. Wann haben Sie denn das letzte Mal von ihm gehört? Vor ein paar Tagen, er wollte am Sonntag noch bei mir vorbeikommen. Und wann und wo wolltet ihr euch denn treffen? Circa 17 Uhr am Sonntag bei mir in Marzahn, bei mir und meinem Freund in der Wohnung. Also Marzahn, der ist an der B5 gefunden worden, das passt auch nicht zusammen. Also das kann kein Grund für die Tat sein. Aber was ist denn passiert? Warum ist er gestoppt? Also ich denke, dass Sie beide sich am besten in Ruhe unterhalten. Ich muss sowieso noch weiter. Okay, ja, ich bin gerne noch hier. Bleib mehr. Okay, ich fahre nochmal zur Kripo und ich melde mich dann. Alles Gute, Niki. Tschüss. Tschüss, Vorsicht. Das ist ja ein Ding. Ich bin schon erleichtert, dass André keine andere hatte. Aber dass er plötzlich eine Tochter hat, das ist auch ein Schock für mich. Ich verstehe nicht, warum er mir das nicht erzählt hat. Die beiden Frauen haben jetzt viel zu besprechen. Obwohl sie sich nicht kennen, die Trauer um André verbindet sie. Steffi hofft sehr, dass ihr Niki einige Fragen zu dem seltsamen Verhalten ihres Mannes vor seinem Tod beantworten kann und begleitet sie nach Hause. Entschuldigung, Fabian lässt hier immer alles liegen. Tut mir leid, komm rein. Wie lange wohnst du denn schon mit deinem Freund zusammen? Du bist ja noch zu jung. Ich bin jetzt gerade 18 geworden und meine Mama mag meinen Freund auch nicht so gerne und ich habe mich ja selber auch nie gut mit ihr verstanden. Und ich fand es auch immer ziemlich blöd, dass sie mir nie erzählt hat, wer überhaupt mein Vater ist. Und war das nur was Ernstes zwischen deiner Mama und André? Sie hat mir nur gesagt, dass es eine Affäre war und danach war das auch sofort wieder vorbei. Ich fand es halt einfach schön, in meinem Vater jemanden gefunden zu haben, der genauso ist wie ich. Und ich verstehe mich ja mit meiner Mama überhaupt gar nicht. Und ich habe einfach gedacht, es ist noch viel mehr Zeit, sich kennenzulernen. Ich glaube, Fabi ist auch hier irgendwo. Fabi? Ja? Es ist was ganz Schlimmes passiert. Was ist los? Papa wurde vorgestern umgebracht. Nein. Komm her. Es tut mir so leid. Wie konnte das passieren? Weiß die Polizei irgendwas? Nein. Das ist Steffi, das ist die Frau von meinem Vater. Kann ich irgendwas tun, Süßel? Irgendwas? Nee, es ist schon okay. Es bringt ja auch nichts. Ich glaube, ich mache mir mal einen Tee. Kommst du mit? Nein. So ein schönes Foto. Das haben Papa und ich letzte Woche zusammen gemacht. Ich fand es schön, deswegen habe ich es ausgedruckt. Das ist wahrscheinlich das letzte Foto von ihm. Kann ich da einen Abzug von haben. Natürlich. Ich weiß auch gar nicht, warum wir uns nie kennengelernt haben. War ich ihm vielleicht peinlich. Ich weiß auch nur, dass ihr verheiratet wart und du Steffi heißt. Ich verstehe es auch nicht. Er hat in letzter Zeit so viele Dinge gemacht, die ich nicht verstehe. So ist das irgendwie. Steffi, warte mal kurz. Können wir vielleicht trotzdem in Kontakt bleiben? Ich würde auch ganz gern zur Beerdigung und dir vielleicht helfen. Natürlich. Kein Problem. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Und wenn ich was wegen der Beerdigung weiß, ja? Okay. Tschüss. Niki ist wirklich ein nettes Mädchen. Ich verstehe nicht, warum er nicht wollte, dass ich sie kennenlerne. Wer weiß, was er noch für Geheimnisse hatte.